Moin Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute werden wir uns mal anschauen, wie ihr euch mit dem Schurken perfekt auf BWL vorbereiten könnt. Ich spiele seit vielen vielen Jahren Schurke und habe auch schon öfters in BWL graded auf vielen Privatservern und deswegen habe ich mir gedacht, es macht einfach mal Sinn, wenn ich mit euch meine BWL Vorbereitungen ein bisschen teile. Jetzt fangen wir uns nochmal den Loot an, auf den ich quasi primär in BWL gehen werde. Ich werde wie gesagt Schwertschurke in BWL gehen und von Razorgore, vom ersten Boss, brauche ich eigentlich nicht wirklich ein Item. Natürlich droppen da schon die Blutfangarmschinen, aber ich werde da am Anfang keine DKP drauf verwenden, weil ich einfach erstmal primär mir anschauen möchte, so ein bisschen DKP sparen möchte und einfach erstmal so ein Gefühl davon bekommen möchte, wie die Drop Rate bei einigen Items ist, damit ich einfach einschätzen kann, welche wird man eventuell sonst nie bekommen und welche muss ich quasi, ja, und auch welche ist relativ egal, weil sie immer droppen. Und ich kann euch einfach so aus Erfahrung sagen, die T2 Set-Teile droppen einfach alle relativ häufig. Allein wenn wir uns hier schon mal die Drop Werte anschauen, steht ja immer hier unten, bei Drop Rate quasi, 20%, 17%, 14%, 14%, ne? Und während wir hier bei einigen Items genau die gleichen Werte haben. Nein, aber, also wie gesagt, aus der Erfahrung kann ich euch einfach nur sagen, die Set-Teile droppen gefühlt einfach öfter. Und ja, deswegen ist immer so meine Taktik eigentlich in BWL, so die Set-Teile nicht direkt, ähm, quasi so fettet chasen, sondern erstmal auf andere Items gehen. Ja, dann sind wir direkt bei Valestras, bei dem zweiten Boss in BWL und, ähm, hier ist für Schurken eigentlich nur die Drachen-Zahn-Klinge interessant und natürlich hier auch wieder der Blutfang-Gürtel, auf den ich halt ebenfalls am Anfang nicht gehen werde. Habe ich hier eben schon erklärt mit dem Dolch, ist von der Optik her natürlich ein sehr starker Dolch, allerdings, wie gesagt, wenn ihr den Dolch von Ragnaros schon habt, in der Mainhand kein Upgrade. Und auch in der Offhand nimmt man dann doch lieber auch den Kern und Zahn, finde ich, ein PvE. Manche, ja, sagen dann vielleicht auch, nee, den hier in der Offhand, over den so, hm, ich finde irgendwie den in der Offhand eigentlich perfekt, perfekten Offhand-Dagger. Von daher, ähm, ja, bei Val, wenn ich noch keine gute Mainhand haben sollte und der hier droppen wird, dann könnte ich mir überlegen, vielleicht Dagger-Schurke mit dem zu gehen, bis ich eine, bis ich dann ein besseres Schwert für die Mainhand bekomme. Das wäre noch eine Möglichkeit, muss man aber auch mal gucken, wie sehr die Hunter hinter diesem Dolch her sein werden, weil es eben auch am Anfang eine sehr gute Waffe für die Hunter ist, weil eben sehr viel Beweglichkeit drauf ist und weil die Hunter ab BWL quasi auf zwei Einhandwaffen im PvE gehen wollen, weil nämlich der 15 Agi-Enchant dann ingame sein wird und dadurch die Hunter einfach mit zwei Einhandwaffen auf sehr viel Agi kommen. Gut, das war Val, wie gesagt, relativ unspektakulär, nur für Dolchshurken relevant, die noch keinen Mainhand Dolch haben. Brutwächter, Dresspringer, der dritte Boss in BWL, ähm, hier, das ist leider auch nicht gut für Schurken, könnte eigentlich direkt knicken, braucht er nicht, ist schlecht im PvE und im PvP, ja, eigentlich auch schlecht. Das einzig wirklich interessante Item, hier der, ähm, Bogen ist auch relativ schlecht eigentlich für Schurken, von daher, das einzig relevante Item tatsächlich hier ist Maladas und das ist halt so eine Geschichte, Leute, da bin ich mir noch nicht sicher, ehrlich gesagt, ne. Ich habe euch ja eben erklärt, dass ich hier, ähm, sehr sehr gerne eigentlich mit dem Schwert in der Offend in BWL durchballern würde, weil ich einfach die Werte brutal finde, ne. Neun Stärke, neun Beweglichkeit, ein Schritt, das ist einfach von den Werten her brutal für eine Offend und, ähm, in der Offend zählt halt vor allem, welche Werte drauf sind. Also die, ne, ähm, die DPS und Min-Max-Damage und die Geschwindigkeit sind alle natürlich auch ein Stück weit wichtig, aber, ja, also die Werte sind einfach viel, viel wichtiger. Und ich bin halt jetzt echt am überlegen, es wäre natürlich eine ultra komfortable Lage, wenn ich in BWL keine DKP mehr für eine Offend erwenden müsste, sondern quasi mit der hier einfach durchwaden könnte, bis Akku und mich nur auf die Mainhand fokussieren kann, von der DKP her. Jetzt habe ich aber mit Timo neulich hier über Maladas geredet und er meint halt, naja, dieser Rappen-Skill ist halt irgendwie schon krank, ne. Und mit einem Gnom-Schurken würde ich quasi, ähm, wenn ich die 5 Waffen-Skill, die man mit einem Schwert-Schurken in den, äh, Talenten bekommt, mit diesen plus 4 hier kombinieren würde, dann wäre ich bei 209 und hätte quasi den perfekten Wert, um, ja, einfach maximal vom Waffen-Skill zu profitieren in Vanilla MPVE. Und wenn man sich auch mal die Damage-Werte anschaut, ihr müsst es mal gucken, ihr müsst mal bei eurem Damage-Meter dann auf euren Schaden draufklicken. Ihr macht einfach bei den Kämpfen mehr Damage mit euren White-Hits, also mit euren Auto-Attacks, als mit euren Yellow-Hits von Sinister Strike und so weiter. Deswegen, also finsterer Stoß. Deswegen, ähm, und diese Waffen-Spezialisierung, die erhöht quasi, kann man so sagen, den Schaden, den man mit, äh, seinen Auto-Attacks macht. Also die erhöht den euren White-Hit-Damage. Ich frage mich aber trotzdem, ob diesen Schaden, den ich ja bekomme durch diese plus 4 Schwerter, quasi um dann 209 zu erreichen, ob dieser, dieses Damage-Upgrade wirklich mehr Sinn macht und mir mehr Schaden gibt als 9 Stärke, 9 Agi und 1 Crit, den ich halt immer habe. Ne? Und die 9 Stärke und 9 Agi sind auf Ali-Seite auch auf jeden Fall safe immer 10 Stärke und 10 Agi wegen, ähm, wegen der Könige. Also das ist halt so die Geschichte, wo ich echt am überlegen bin, ähm, ob ich sie für DKP verwenden soll oder nicht. Sagt mir auch mal gerne eure Meinung dazu. Ähm, da würde ich jetzt ermuten, dass wir wieder darauf warten müssen, was wir da langfristig für, ähm, Schurken auch in den Top-Rängen im PvE sehen werden, mit welchen Waffen die dann rumrennen werden. Meine Vermutung ist einfach, dass so der Unterschied vom Schaden relativ gering sein wird. Ich vermute, dass sich beide sehr gut in der Aufwand machen. Aber sagt mir gerne mal eure Meinung an der Stelle. Und eine Sache wird auch noch interessant sein, weil ja auch für Krieger in Classic mittlerweile dieses Dual-Wield-Fury-Tanking, ein Ding ist so, könnte es halt auch sein, dass viele Gilden sagen, ey, hier, nee, das Schwert geben wir primär erstmal an Tanks, ne? Das könnte halt auch passieren. Und tja, weiß ich jetzt nicht genau, wie es bei uns in der Gilde gehandhabt wird. Ähm, bei uns ist eigentlich alles über DKP geregelt, außer die Sachen, die eben primär an die Tanks gehen. Von daher, ja, bleibt spannend. Ähm, ich würde es ehrlich gesagt bevorzugen, wenn ich das nicht bräuchte und ich mit der Waffe hier eine Aufwand weitermachen könnte. Ja, dann droppen halt hier noch die T2, ähm, Schuhe wieder, auf die ich aber auch primär erstmal nicht gehen werde. Zumal sie ja auch echt gerade blöde Werte haben. Also wie gesagt, einen Dodge drauf. Braucht man nicht wirklich im PvE. Gut, machen wir weiter mit Feuerschwinge. Ähm, Feuerschwinge ist leider relativ uninteressant für einen Schurken. Wir haben hier eigentlich kein Item, wo ich wirklich sage, ey, das brauche ich irgendwie auf jeden Fall, das will ich mir irgendwie gönnen. Ähm, es gibt allerdings zwei Dinge, die man hier anmerken kann. Und zwar droppen hier natürlich wieder die T2, ja, Teile für das Blutfangset beim Schurken. Aber das Teil würde ich mir wirklich auch erst sehr, sehr spät holen. Nicht nur, weil wegen meiner Taktik erstmal die T-Teile zu umgehen, sondern eben auch, weil hier auch wieder teildämliche Werte fürs PvE drauf sind. Ne, anlegen, immun gegen Entwaffnen. Braucht ihr im PvE nicht. Von daher würde ich mir dieses Teil als letztes holen für euer T2-Set. Andere Item, was für Schurken interessant ist unter Umständen, ist Feuerschwingsumhang. Und ja, hier ist auch wieder so eine Geschichte. Ich habe ja am Anfang gesagt, so, holt euch den Baron-Cloak. Der ist eigentlich gleichwertig mit allen anderen Umhängen in BWL, beziehungsweise vielleicht sogar leicht stärker. Es gibt Stimmen, die sagen, dass der Umhang hier stärker wäre, weil er 50 reine ATP gibt. Und weil man hier halt einfach so argumentieren kann, okay, der wäre stärker als der hier, weil wir hier noch so ein bisschen Crit-Wertung durch die Beweglichkeit bekommen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, naja gut, gute Leute oder gute Gilden, wie auch immer, die gehen in BWL sowieso immer mit allen World Buffs rein. Und wenn man die alle immer hart, dann ist man eh am Crit-Cap angekommen. Das muss euch mal informieren, das kann man so brechen, das Crit-Cap. Und deswegen brauchen wir die Crit von dem Umhang in dem Moment dann gar nicht mehr. Und deswegen wäre das hier der stärkere Umhang. Ja, schwierig, schwierig Leute. Also ich habe irgendwie immer die Erfahrung gemacht, dass man gerade in BWL wirklich, auch mit einem Schurken vor allem, doch auch zum Teil leider leicht sterben kann manchmal. Und es ist nicht garantiert, dass man wirklich, dass man konstant die World Buffs immer aufrechterhalten kann. Ja, weil man dann doch irgendwie mal stirbt. Und dann ist der Umhang schon wieder stärker an der Stelle. Von daher, also nicht schwierig. Schwierig, schwierig. Und wie gesagt, wir holen uns auch nicht immer die Diamol Buffs so. Und ja, ach. Also ich werde bei meiner Taktik bleiben. Ich werde mit dem Umhang hier erstmal weitermachen und den wirklich als allerletztes Upgrade. Gehen wir weiter zu Schattenschwinge. Hier droppen auch wieder die Handschuhe. Wie gesagt, würde ich halt mir später gönnen. Vor allem, weil sie auch bei zwei Bossen droppen können. So, was ist denn hier interessant für den Schurken? Wir gucken mal. Eigentlich wie gesagt, die Sachen, die ich jetzt hier nicht mehr erwähne, sind doch einfach nicht interessant für den Schurken. Es gibt eigentlich nur zwei Dinge. Ein sehr interessantes Item und zwar den Drachenfangzahn-Talisman. Somit das stärkste Upgrade, was ihr eigentlich in BWL überhaupt bekommen könnt, werdet ihr meiner Meinung nach auch durch komplett Vanilla durchtragen. Außer auch in Naxxramas gibt es kein wirkliches Upgrade. Nur vielleicht ist auch ein Use Trigget von Quel'Thuzert dann am Ende. Aber, also wie gesagt, das ist einfach, die Sachen, die das hier ersetzen würden, sind halt so schwer zu bekommen letztendlich auch, dass ihr das auf jeden Fall euch hier versuchen solltet zu holen. Ein mega starkes Trinket für euren Trinket-Slot. Das wird dann quasi hier reinkommen. Ihr werdet Torch weitertragen, solltet ihr weitertragen und der Dracfang-Talisman wird eben hier reinkommen. Und ja, einfach von den Werten, 56 ATP, zwei Hit drauf und ein Dodge. Den Dodge braucht ihr nicht. Den quasi die Chance, einen Angriff auszuweichen. Und das ist so eine Geschichte. Wie gesagt, ich habe in jahrelangem BWL-Raiden, habe ich da vielleicht vier, vielleicht fünf von Droppen sehen, das echt gefühlt immer sehr, sehr selten getroppt und brauchen halt sehr, sehr viele Leute. Jeder Furykrieger, jeder Schorke und eben auch jeder Tank möchte das Item haben. Deswegen, also viele Hardcore-Gülden werden das Item auch erstmal primär in ihren Main Tank geben, damit er eben noch mehr Aggro machen kann und die Bosse noch besser an sich binden kann und der Raid deswegen auch noch mehr Schaden machen kann. Das ist auch, es hängt von eurer Gilde ab, wie da die Herangehensweise sein wird. Von daher, ja man kann eben auch noch argumentieren, der Tank profitiert eben auch noch von dem Dodge. Meine Herangehensweise wird sein, ich werde wahrscheinlich erstmal primär nicht auf das Item gehen. Das ist aber so ein bisschen meine persönliche Einstellung, weil ich auch so von Hit, von dem Wert Hit nicht so überzeugt bin momentan, weil die Kämpfe alle gefühlt so kurz dauern, weil alle Bosse irgendwie echt aus den Latschen ballert, dass ich mir immer so frage, immer so die Frage stelle, hm, wie stark ist Hit eigentlich, wenn die Bosse mega schnell immer im Dreck liegen und ist dann ein Crit vielleicht nicht doch interessanter. Ja, ich werde primär nicht drauf gehen, ich werde da erstmal so die anderen Leute ihre DKP für verballern lassen, so ich habe erstmal andere Pläne im BWL, aber trotzdem ist es ein unglaubliches Item und wenn ihr das irgendwie bekommen könnt, dann holt es euch auf jeden Fall. Dann wollte ich noch, ne, ist gar nicht das, was ich euch noch, ne, dann sind wir hier schon durch. Der andere Ring kommt gleich noch. Gut, Flammenmaul ist auch relativ uninteressant, wir haben hier wieder die Handschuhe und dann haben wir hier noch den, ja, Circle of Applied Force, auf Deutsch Kreis der Angewandten Macht. Wollte ich noch erwähnen, der Ring ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Auf Ali-Seite für Deutsch-Hurken ist er wirklich gar nicht so schlecht, wenn ihr euch mal die Werte anschaut, mit Wegen der Könige, ja, da haben wir dann quasi nochmal mehr Scherke und noch mehr Agi drauf und dann vielleicht noch mit dem Solgurubuff später, der quasi euch auch nochmal 20% mehr Werte geben wird, sind wir hier dann schon echt bei, ja, vielleicht 14 Stärke, 14,5 Stärke und keine Ahnung, 25 Beweglichkeit oder so. Und das ist halt dann schon so ein Ding, wo man nochmal genau gucken muss, ob der nicht vielleicht sogar stärker ist der Ring, als man andere Ringe in BWL. Aber wie gesagt, es könnte auch wieder sein, dass vielleicht der Quick-Strike-Ring aus Molten Core vielleicht doch noch besser ist, als der hier, habe ich mir auch schon mal angeschaut. Also wie gesagt, aber ich würde ihn auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Er ist natürlich für Perils und für Hunter auch sehr interessant unter Umständen. Aber wie gesagt, manchmal geht der auch so für Low-DKP raus, weil den irgendwie keiner so richtig haben will. Denkt mal drüber nach mit dem Schorken. Wenn ihr noch keine stärkeren Ringe habt, dann ist es auf jeden Fall ein mega guter Ring. So, wir nähern uns dann dem Ende hier von dem Video und auch von dem, was man sich in BWL quasi gönnen kann. Und bei Chromagus, dem vorletzten Boss in BWL, droppen dann hier die guten alten Blutfangschultern. Unglaublich geil von der Optik her. Aber auch hier wieder leider relativ schlecht von den Werten. Weil wir hier wieder den blöden Dodge drauf haben, den wir einfach im PvE nicht brauchen. Und deswegen an meiner Meinung nach hier auch wieder erst wirklich am Ende holen einfach. Ist einfach vom reinen Damage-Gain nicht wirklich relevantes Item, weil es einfach hier so blöde Werte hat. Da trage ich dann einfach die hier dann doch etwas länger mit dem Hit drauf. Und würde ich mir dann tatsächlich erst holen, wenn ich den 8er Set Boni vom T2 dann eben voll bekommen möchte mit dem Schwertschurken. Denn, das ist auch nochmal interessant und wichtig, habe ich am Anfang auch vergessen. Wenn ihr Schwertschurke seid, dann geht ihr auf den 8er Set Boni von T2. Wenn ihr Schwertschurke seid. Denn ihr seht hier, der 8er Set gewährt den Nahkampftreffern der Schurken eine Chance, dem Ziel 283 bis 317 Schaden zuzufügen und euch auch nochmal ein bisschen zu healen. Das ist einfach ein sehr guter Proc. Und wenn ich mir so die Procs in Vanilla anschaue, also in Classic, dann proggen die gefühlt alle öfter als auf den Quartz-Servern. Und da war der auch nicht schlecht, das Set Boni. Deswegen, Schwertschurken geht am Ende auf 8 T2-Teile. Besorgt euch aber einfach die schwächeren ist es, sage ich mal, erst am Ende. Das ist so mein Tipp an euch. Die Dagger-Schurken können nicht oder sollten nicht auf 8 T2-Teile gehen, weil sie eben hier im Handslot quasi die Handschuhe aus Molten Core haben, die plus Dagger-Skill drauf haben. Die sind einfach stärker. Und deswegen gehen Dolch-Schurken eigentlich nicht auf den 8er Set Boni. Es könnte aber sein, es könnte sein, dass der 8er Set Boni so stark ist einfach, das war auf einigen Privatsverfahren mal so, dass er so stark ist, dass selbst die Dolch-Schurken quasi switchen auf 8 T2. Das müsst ihr mal beobachten, was da so die anderen guten Schurken zu sagen werden. Es könnte die Meta werden, aber aktuell sieht es so aus. Nur die Schwertschurken gehen 8-8 bei T2. Ja, was tropft noch bei Chromagus für den Schurken? Eigentlich nicht mehr wirklich viel. Allerdings noch ein Item, was es dann wirklich in sich hat und zwar hier das chromatisch gehaltete Schwert. Ein wunderschönes Item finde ich von der Optik her. Wirklich sehr einzigartig und mega geil einfach. Ja Leute, das ist eigentlich so mein Main-Goal im BWL, sage ich mal, mir das für die Main-Hands zu besorgen, weil es einfach sehr, sehr schöne Werte hat und auch halt einfach ein wirkliches Upgrade gegenüber Rizkak, also gegenüber dem Schwert von Oni ist, das man eben vorher hatte. Das ist eben das am Anfang erwähnte Schöne für die Schwertschurken. Ihr bekommt hier wirklich ein richtig schönes Waffen-Upgrade in der Main-Hand eben auch mit dem Schwert und da würde ich auf jeden Fall versuchen primär drauf zu gehen, weil es eben auch sehr viele Leute brauchen. Ihr seht hier, Drop-Rate 7,6% nur wird nicht oft droppen und daher, da würde ich eventuell primär drauf gehen, wenn ich einen Schurken in BWL als Schwertschurke spiele. Genau. Ja, machen wir direkt weiter mit Nefarian und hier natürlich, ja, droppt quasi die T2-Brust und die ist auch sehr stark von den Werten her im Vergleich zu den anderen Teilen. Die hat hier nämlich zwei Hit, ein Crit und auch, ja, sehr gute andere Werte. Wenn ihr die gut bekommen könnt für wenig DKP, gönnt sie euch. Wenn ich quasi bis BWL hier kein wirkliches Upgrade bekommen werde, im Brust-Slot, mir die T1-Brust quasi nicht mehr holen werde, dann werde ich versuchen hier quasi primär bei den T-Set-Teilen mir die zuerst zu holen, weil die einfach relativ, ja, weil die quasi im Gegensatz zu den Schultern und den Händen und so weiter und den Schuhen ein wirkliches Upgrade ist auch von den T-Teilen. Ja, aber Nefarian hat noch andere schöne Sachen für den Schurken und zwar hier der Kopf von Nefarian. Der wird wahrscheinlich primär leider erstmal wieder an Tanks gehen, weil man sich quasi mit dem Kopf eine sehr schöne Tank-Halskette holen kann. Gleiches Spielchen wie bei Onyxia auch, droppt immer der Kopf, von daher auch wieder mein Ratschlag. Holt ihn euch nicht direkt am Anfang, wenn ihr DKP habt, denn der wird sowieso immer noch droppen. Und ja, wenn der dann quasi für Schurken freigeschaltet wird, solltet ihr euch auf jeden Fall den Ring hier holen und das ist meiner Meinung nach auch, ja, so der stärkste Ring, den man in BWL bekommen kann. 14 Ausdauer, 48 ATP und ein Pit drauf, den werde ich auf jeden Fall dann tragen mit einem anderen Ring, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, aber den werde ich auf jeden Fall in BWL dann tragen. Ja, was noch interessant für einen Schurken, wir gucken hier nochmal, es sind eigentlich noch zwei Items, glaube ich, genau und zwar einmal das Prestos Talisman of Canivory oder hier das Talisman der Verschwörung. 30 Beweglichkeit und ein Hit drauf ist deutlich stärker, im PvE auf jeden Fall, als das Oninek, was man quasi vorher hat hier. Wobei das Oninek auch schon sehr stark ist, finde ich, hat nochmal ein bisschen Ausdauer drauf, ist halt im PvP deswegen deutlich stärker und im PvE, naja gut, also wie gesagt, man macht hier auf jeden Fall mehr Schaden mit dem Teil, werden natürlich auch alle Hunter haben wollen, Pearl Druiden eventuell auch. Müsst ihr halt gucken, wie ihr das macht, ja, könnte, auf jeden Fall ein Upgrade im PvE, ich werde da glaube ich aber auch primär nicht drauf gehen, muss ich mir nochmal genau anschauen, inwiefern, wie fett ich so das Damage-Gain jetzt da so bewerte, im Vergleich zum Oninek, ja, schwierig, ist es aber auf jeden Fall leicht stärker, würde ich sagen. Und dann haben wir noch ein sehr interessantes Item und zwar die Stiefel der Schattenflamme und die wiederum sind aber vor allem für die Dolchschurken interessant, denn, wer aufgepasst hat, ich habe ja gesagt, Dolchschurken tragen im BWL nicht 8 von 8 T2 teilen oder werden sie wahrscheinlich nicht tragen, weil sie halt eben aus Molten Core die Plus Dagger Weapon Skill Handschuhe tragen und deswegen können es sich die Dagger-Schurken erlauben, quasi hier auch die Stiefel der Schattenflamme zu tragen, weil man ja den Set Boni je nicht braucht von T2 und da kommt es halt auch gelegen, dass die T2 Schuhe ja auch relativ schlecht sind, habe ich ja vorhin gezeigt hier, da haben wir halt den Dodge drauf, braucht keine Sau eigentlich, das heißt, die sind halt auch einfach deutlich stärker die Schuhe und das ist halt eine sehr schöne Geschichte so, wenn die Dolchschurken quasi so ein bisschen traurig sind, dass sie sich den 8er Set Boni von T2 nicht gönnen werden, können sie sich halt eben darüber freuen, dass sie halt einfach deutlich stärkere Stiefel hier tragen können und ist auch immer ganz schön so, da hat man einfach auch schöne Stiefel für die Dolchschurken und dann auch nochmal schöne Stiefel für die Schwertschurken und dann müssen sie sich quasi dann nicht auf die gleichen Items drauf stürzen. Genau, ja das war es eigentlich overall, ich weiß nicht, ob im Trash auch noch interessante Sachen sind für den Schurken, wir haben eigentlich nur noch ein Item, was noch relevant ist und zwar der Umhang der drachischen Macht. Ja, das ist auch nochmal interessant, ich habe ja gesagt am Anfang, wie gesagt, der Baron Claw bleibt eigentlich sehr sehr stark im Bewell, kein Umhang kommt also wirklich hier ran, ist halt so ein bisschen die Sache, mit Segen der Könige und dem ZG Buff wird der Umhang hier natürlich nochmal deutlich stärker, weil eben auch hier die Stärke eben hoch skaliert und nicht nur die Beweglichkeit wie beim Baron Claw. Müsst ihr mal gucken, also ich finde es auf jeden Fall gerechtfertigt, wenn der Umhang primär erstmal in Krieger gehen wird, weil die einfach nochmal, also in Fury Krieger, weil die einfach nochmal mehr von der Stärke profitieren, aber wenn die dann damit durch sind so, ja müsste ich überlegen, ob ich dann vielleicht sogar auch meine DKP darauf verwenden werde am Ende. Manchmal haben das auch gar nicht so viele auf dem Schirm, manchmal finden den auch nicht so viele gut, ich kann euch aber sagen, der ist relativ gut, finde ich und der droppt auch relativ häufig, also das kann man eigentlich auch, finde ich, zu jedem Trashloot im BWL sagen, das droppt alles relativ häufig, von daher diese Sachen hier nicht unbedingt so primär hinterher rennen, weil das werdet ihr letztendlich eh bekommen. Das ist so mein Tipp, den ich euch noch mitgeben würde an der Stelle, genau. Ja Leute, das war eigentlich auch dann so meine Meinung und nochmal mein Overall Fazit zu meiner BWL-Vorbereitung, was ich so wie gesagt vorbereitet habe an Consumer Builds, mit welchem Gear ich reingehen werde, welche Skillung ich in BWL spielen werde. Wie gesagt, BWL eine wunderschöne Indie, einfach ein wirkliches Upgrade im Vergleich zum Molten Core, wo man auch mit einem Schurken gut agieren kann, wo man gut Schaden machen kann, wo man nicht so wie ein Akku 40 dann später nur irgendwie hinterm Boss hinterher rennt und gar nicht wirklich Schaden machen kann, sondern in BWL kann man wirklich eigentlich gut damage machen mit einem Schurken. Und ich werde als Schwertschurke die ganze Sache machen. Ich finde auch letztendlich Overall in Komplett Vanilla, in kompletten PvE Content, ist es einfach ein Stück weit angenehmer mit einem Schwertschurken Schaden zu machen. Sei es so ein Trashpack, die euch irgendwie hin und her eiern, einfach Evasion anmachen und schön mit Sinister Strike, also mit einem finsteren Stoß, schön weiter reinballern, während halt so der Dolchschurke immer so ein bisschen diese blöde Positionsabhängigkeit hat. Ich fand es halt einfach auf Dauer nervig im PvE, deswegen, aber natürlich trotzdem, jeder der von euch Bock hat, kann auch gerne Dolch gehen. Es hat auch seine Vorteile, zum Beispiel beim zweiten Boss in BWL bei Valestras, da hat man unendlich Energie, meiner weniger, und deswegen geht da Backstab halt unendlich ab bei dem Fight. Also da werden Dolchschurken astronomische Werte machen. Und da auch noch ein kleiner Tipp an der Stelle. Bei Valestras, beim zweiten Boss in BWL, da solltet ihr auch mit einem Schwertschurken einen Dolch in die Mainhand nehmen, Gifte draufklatschen, irgendein Dolch, kann hier schon der sein, zum Beispiel, wenn ihr den habt, als offente PvP zum Beispiel, macht da den in die Mainhand rein und spammt einfach Meucheln. Leute, ihr macht mehr Schaden, glaubst mir einfach. Obwohl ihr Schwertgespeckt seid und so weiter, hier, alle Talente hier für Schwerte ausgelegt habt, ihr macht trotzdem mehr Schaden, wenn ihr bei Valestras quasi, ja, Meucheln spammt und nicht Sinister Strike, weil es halt einfach so viel effektiver ist von der Energie her. Und ihr habt halt da, wie gesagt, unendlich Energie bei dem Kampf. Was kann man noch sagen zu BWL mit einem Schwertschurken? Ihr habt in der Indie eine sehr wichtige Aufgabe, im sogenannten Suppression Room, werdet ihr dann alles noch kennenlernen. Da sind so viele kleine Drachen, die da rumfliegen und da sind so Pfeilen auf dem Boden, die müsst ihr quasi entschärfen. Seid da einfach aufmerksam, bietet euch dafür an, seid da nicht so passiv, sondern seid da wirklich aktiv dabei. Sprecht doch mit den anderen Schwertschurken ab, dass man das immer so einteilt. Einer quasi macht immer so die vorderen Pfeilen, einer die in der Mitte und einer die am Ende und dann kann sich der Raid quasi immer mit den Schwertschurken durch diesen Raum durchbewegen. So kann man das eigentlich relativ gut lösen. Ja, abschließend kann man einfach nur noch sagen, Leute, holt euch auf jeden Fall einen Damage Meter, nicht damit ihr nur euren Schaden angucken könnt, sondern eben auch eure Agro vor allem. BWL ist einfach eine Inni, wo das Agro-Management deutlich wichtiger wird als im Molten Core. Und es kann halt wirklich auch einfach mal den Raid bedeuten, wenn ihr Agro zieht an der einen oder anderen Stelle. Von daher passt wirklich drauf auf, im BWL wird einfach so ein Agro-Meter noch wichtiger. Guckt nicht nur auf euren Schaden, sondern guckt primär, wie viel Agro ihr habt und seid vorsichtig, macht auch mal eine Finte, vor allem bei Valestras. Und ja, seid einfach nicht so Damage-geil letztendlich, denn wenn ihr sterbt oder wenn andere sterben, macht der Raid einfach weniger Schaden und es dauert alles länger und es ist einfach alles nerviger. Und auch nur ganz wichtig, vielleicht holt euch einen Auto-Attack-Timer, Weapon-Swing-Timer mehr oder weniger, der quasi hier immer anzeigt, kann ich euch jetzt nicht so gut zeigen, wenn ich hier angreifen würde, wann quasi die nächste Auto-Attack von dem Main hin kommt, weil damit könnt ihr dann quasi immer noch timen, wann ihr euren Sinister-Strike macht und ihr solltet quasi eigentlich immer Sinister-Strike machen, kurz nachdem quasi hier der Balken rauskommt, kurz danach Sinister-Strike machen, damit quasi wenn ein Progg geproggt wird, mehr oder weniger, und der Bar resettet wird, dass es eben nicht hier hinten passiert, kurz bevor der nächste Auto-Attack kommen würde, wo ihr quasi dann Schaden machen würdet und dann kommt der Progg, der ausgelöst wird durch eure Fähigkeit, die ihr quasi gemacht habt und dann wird der Timer zurückgesetzt und es dauert wieder eine Zeit lang, bis die nächste Auto-Attacke kommt, mein Gott. So, und deswegen besorgt euch so einen Timer hier, dann könnt ihr immer beobachten, wann euer Mainhand-Weapon-String quasi hier losgeht und wenn er gerade so losgeht, dann macht der Sinister-Strike und wenn ihr dann Progg habt, ist es nicht so schlimm, weil er quasi hier direkt wieder resettet wird und er dann durchläuft und ihr dadurch nicht so viel Auto-Attack-Radn verliert, kann man sagen eigentlich. Und das ist wie gesagt eure Haupt-Damage-Fälle im PvE. Ja, das war es dann auch mit meinem kleinen Vorbereitungs-Guide für die Schorken da draußen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, irgendwas Wichtiges, sagt es mir gerne und ich freue mich sehr auf BWL. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Ich wünsche euch allen sehr viel Spaß in der E-Ni und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Feuer die Pfeiler. Ciao, ciao. Feuer die Pfeiler.